Wir spielen übrigens Ende August nochmal in der Brasserie Lorraine. Jawohl, hier vorne sind Flyer. Einfach mal vorbeischauen, spielen auch noch andere Bands. Fünf Minuten? Okay. Okay, okay, okay. Ende. Ende so, guys, blonde Bulette. Gibt's heute Single nachher zu kaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017